Ich bin ja im Lissland-Turm und es ist ein Schulprojekt als Hauptsache in Bewegung. Wir können mit der Hauptschule und der Gäste teilnehmen. Wir machen ein Projekt, was uns aber auch Spaß macht. Wir tanzen, rappen, auf verschiedenen Dingen. Man hat hier keinen Druck wie so in der Schule. Man kann hier so in Ruhe arbeiten. Viele Leute, großes Publikum. Ja, das ist eigentlich voll geil. Wir finden es immer noch sehr wichtig, daran teilzunehmen, weil die Schüler mal in ganz anderen Bereichen arbeiten können. Das kann Schule nicht bieten, was hier geboten wird. Und wir glauben, dass das immer für die Schüler eine gute Möglichkeit ist, sich auszuprobieren und einfach Neues kennenzulernen. Das soll sie eigentlich inspirieren und das soll ihnen zeigen, dass sie selber auch etwas schaffen können. Dass sie nicht nur Dinge kaufen in Kaufhäusern, sondern dass sie auch selber eigene Kleidungsstücke designen können, die sie dann auch selber tragen und die auch noch cool sind. Und ich bin gespannt, wie es am Ende alles zusammenwirkt. Hier gibt es eine ganze Menge zu sehen, jede Menge Trubel. Viele, viele, viele junge Leute, Jugendliche, Kinder, Schauspieler, Tänzer, Musiker, Designer. Wir sind hier bei Hauptsache in Bewegung 2013. Wir haben fünf Schulen zu Gast, die hier ganz viele tolle Performances auf die Beine gestellt haben. Und wir befinden uns hier mitten in der Limburgstraße an der Nummer 1 am Fairkaufhaus Hannover. Mal unabhängig davon, dass das eine unglaublich spannende Geschichte ist, das haben Sie wahrscheinlich schon mitbekommen, ist das Thema an sich ja etwas, was uns berührt als soziales Kaufhaus. Neben dem Motto Hauptsache in Bewegung war ja auch das Thema Arm und Reich und Kunst und Essen, Essen und Kunst. Also diese gesamte Kombination hat uns schon interessiert. Und die Möglichkeit, ein Kaufhaus in so eine Performance einzubinden, ist meiner Meinung nach auch nicht etwas, was alltäglich ist. Also das war eine Mischung zwischen Interesse, also ich sag mal Abenteuerlust, und auf der anderen Seite hat uns das Thema an sich auch interessiert, weil es auch sehr wichtig ist, Jugendliche hier in das Unternehmen, in das Kaufhaus zu bringen. Also ich glaube, man sieht die Schüler ja in ganz anderen Bereichen mal. Also ich habe nicht gewusst, dass der oder der Schüler gut rappen kann, oder dass die jetzt zum Beispiel so kreativ ist, Mode zu entwerfen. Ich glaube, man sieht da Schüler mal ganz anders oder in Bäume klettern, bis ganz nach oben sich trauen. Und von daher ist das immer eine Überraschung, was dabei rauskommt und was die Schüler eigentlich neben dem, was wir oft sehen, nämlich schulisches, können. Musik 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 Das war's, das war's war's. Vielen Dank.